Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu Mutant Year Zero Road to Eden. Jetzt sagt ihr vielleicht, Moment, das spielst du doch jetzt schon seit ein paar Tagen. Du hast uns doch jetzt schon häufiger begrüßt, auch mit diesem Hauptmenü, mit diesem Startmenü. Das ist die Playstation 4 Version. Die Entwickler waren so nett und haben ja ein Key zu kommen lassen. So können wir ein bisschen Vergleich ziehen zwischen PC-Version, die wir jetzt schon die ganze Zeit spielen, und zwischen der Playstation 4 Version. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal ein neues Spiel rein, fangen wieder von vorne an. All das kennt ihr schon, aber für die, die den Anfang gemocht haben, ja, die können jetzt halt nochmal zugucken. Ich würde sagen, wir bleiben bei dem normalen Schwierigkeitsgrad, ja. Damit wir jetzt mal schön rein spielen können, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Mal sehen, wie lange ich Zeit habe, damit wir dann auch mal die Playstation 4 Version sehen. Der allererste Unterschied ist ganz klar am Anfang, die Ladezeiten auf die Playstation 4 sind ein bisschen länger als auf dem PC. Ist aber auch kein fairer Vergleich, da ich es bei mir auf dem PC auf einer SSD-Festplatte installiert habe. Von daher, es hält sich im Rahmen, ihr seht selbst, die Ladezeiten sind okay, aber wie gesagt, etwas länger halt als auf dem PC. Aber ich denke, das liegt immer in der Natur der Sache. Und wenn er ausgewürfelt hat, dann sind wir irgendwo östlich der Arche. Also, ein paar Tage, ein paar Missionen, riskieren unsere Necks für die Arche. Ja, für die, die jetzt vielleicht das erste Mal einschalten, das sind Bormen und Dax. Vielleicht zeige ich euch das mal im Menü an sich. Hier, das ist der gute Bormen, das ist der gute Dax. Die ersten beiden Stalker, wir kriegen das gleich noch in der Story erzählt. Und die beiden schauen sich jetzt erstmal um. Ja, ja, die beiden reden ein bisschen hart miteinander, wie wir wissen. Das sind beides gute Freunde, kann niemand reden. Ja, ich weiß hier aufzureden. Ja, nein, die beiden sind schon Freunde, hartgesotten Stalker. Ich glaube, hier gab es gar keinen Scrap. Ansonsten läuft das Spiel, das sieht man direkt am Anfang, sehr, sehr flüssig. Ich habe jetzt hier leider durch PS Share keine Frame-Anzeige, anders als auf dem PC, wo ich das mit Bandicam aufnehme. Da sehe ich immer, wie viele Frames das sind. Es läuft auf jeden Fall deutlich stabiler als auf dem PC. Wir haben uns selbst ein bisschen Scrap-Metal bekommen, Bormann. Das ist wertvoll, dass es viel Grog nach dem Arc ist. Ja, die denken wie Muttiens, nicht nur nur Muttiens. Stalker, tiefe Muskeln, gutes Fleisch. Sehr stabil. So, dann packen wir doch mal den ersten Petal. Genau, der taktische Kampf, ich lese es gerne nochmal vor. Kämpfe sind rundenbasiert. Hier, der Stalker hat pro Runde zwei Aktionspunkte. Eine Aktion wie Schießen, Granaten werfen oder Sprinten beenden deine Runde, wenn du sie reinsetzt. Genau. Wir schießen jetzt direkt mal, denn der gute Bormann hat sich schön versteckt hinter dem Baum. Und der schlechter hier, da haben wir nur 75%. Ich gucke nochmal, ob wir ein Stückchen laufen können, die Prozentzahl erhöhen können. Wenn wir hier hingehen, haben wir schon 100%. Genau, dann schießen wir nicht dazwischen. Dann sieht er uns zwar, aber dann wir erledigen. Und den anderen auch in dieser Runde dürfte das kein Problem werden. Sehr schön, ja mit R1 kann man die Ziele wechseln. Das ist jetzt unwichtig für uns. Und der gute Dax darf jetzt auch mal eingreifen. Wenn du hier hingehst, hast du auch noch 100%ige Zelfa-Chance. Und der hat keine Chance zu reagieren. So weit, so gut. Nicht überraschend, dass das, glaube ich, der einfachste Kampf des ganzen Spiels ist. Immer schönes Schrott einsammeln. Ganz, ganz wichtig. Und der Griller 50. Ein Waffenmod, ein Schadensmodul. Gibt uns ein zusätzlicher kritischer Schaden. Und 50%ige Chance, Gegner zu verbrennen. Sehr nettes Teil. Ja, da müssen wir. Die Gegner kriegen Feuerschaden. Und erleiden dann pro Runde noch zusätzlichen Schaden. Und, ähm, ja, das Ding können wir in Deltas Bastelgrube, sobald wir in der Arche sind, auf eine unserer Waffen installieren. Das ist, äh, das ist, äh... Wir sahen eine dieser Dinge einmal. Füllt mit Zon-Dogs, richtig? Puh. Die Anzeigen wussten sicher, wie großartige Schäuze von Garbage zu bauen. Genau, das wusste ich doch. Das wusste ich doch. Ja, gut, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich auf dieser Karte spiele oder hier vorbeilaufe. Ich weiß aber nicht, ob hier hinten noch irgendwo Schrott war. Wo war denn überhaupt der Ausgang, der Levelausgang? Da hinten irgendwo. Gut, gut. Hier sollst du dich nicht verstecken. Sollst du dich mal ein bisschen umgucken hier. Ich glaube, viel mehr war auf der Karte, aber auch nicht. Außer, dass hier noch Schrott liegt. Wie gesagt, wenn ihr das selber spielt, nehmt euch die Zeit. Sucht die Karten Zentimeter für Zentimeter ab, sag ich mal. Weil es halt wichtig ist, Schrott zu finden. Und noch viel wichtiger, ganz oben rechts, den wir gerade haben, wir überhaupt nicht. Das sind Waffenteile, womit wir unsere Waffen verbessern können. Auch in der Arche. Auch ganz wichtig, dass man da ausreichend Waffenteile findet. Halt um die Waffen besser zu machen. Um mehr Schaden anzurichten. Mehr normalen Schaden. Mehr kritischen Schaden. Das ist wirklich immens wichtig. Wir haben uns selbst ein paar Ghouls. Einer von ihnen sieht wie ein Yedda-Ghoul. Wir sollten besser in den Ninja-Mode gehen. Hör, schau dir dein Licht. Wenn wir durch die Waffe schlafen, werden sie uns nicht sehen. Pardon. Da trinke ich einen Schluck Tee und muss mich direkt verschlucken. Weiche Gegner mit roten Schädeln aus. Und er guckt in die Zone, um dich mit Gegnern zu messen, die der Stufe deines Teams entsprechen. Das sollte man tatsächlich tun. Die Erzsachenlampe ausschalten, damit wir nicht so weithin sichtbar sind. Ich werde die kleine Stalker-Arme schlafen. Und schlafen ihre Gesichter, bis sie sterben. Gesichter, bis sie schlafen. Niemand liebt einen Stalker. Gib mir die Stalker. Lass sie kommen. Wo sind Sie? Arke liebt gar nicht Stalker. Ja, gut, Beilstufe 55, das kann man vergessen. Da hinten ist aber eine schöne Ruhe. Da kommen wir aber nicht dran, ohne gesehen zu werden. Da oben ist noch ein bisschen Scrapped. Komm, ich habe den Baum vorbei. Nein! Oh, man, nicht erwischen lassen. Aber ich glaube, der Stalker, der nicht aktiv gesteuert wird vom Menschen, vom Spieler, der kann, glaube ich, auch gar nicht entdeckt werden. So wie jetzt gerade in dem Moment. Das wäre auch ein bisschen unfair. Da muss man halt gucken, dass man da nicht reinhängt. Aber das geht schon. Stufe 55, lassen wir die beiden mal außen vor. Da sollten wir uns jetzt um die nicht kümmern. Das hat keinen Sinn. Ich reiße uns nur unsere Ärmchen aus. Und Dachs vielleicht im Schnabel. Gut, dann hätte er die Klappe, aber... Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. So, nächste Karte. Können wir vielleicht mal ganz kurz gucken. Die Zonenkarte. Unser Ziel ist natürlich hier die Arche. Dass wir da zurückkehren. Wir sind jetzt in der Zone. Es unterscheidet sich die Zone. Die postapokalyptische Zone und natürlich die Arche, wo noch Menschen leben, wo Mutanten zusammenleben. Weil ihr seht es ja, wir beiden sind Mutanten. Bormen und Dachs. Und hier heißt es für das Ziel. Grock ist da vorne. Home, sweet home. Oh, ich werde diesen Elevator küsse, wenn ich ihn sehe. Geht nach unten. Geht ein Bad. Geht eine Grog mit den Jungs. Geht eine andere Grog mit den Jungs. Fußmassage. Oh, das wird großartig sein. Immer wieder überrascht, dass er davon schwärmt, eine Fußmassage zu bekommen. Grog bin ich ja voll bei, aber Fußmassage? Nee, hier spielt ja keiner eine Füße rum. Gott, hier wird nicht. So, wo ist denn hier der Levelausgang da hinten? Das ist jetzt eigentlich für uns angespielt hier in dieser Playstation-Version nicht so wichtig, dass wir uns nach Strott umgucken. Oh, guck mal ein Häuschen, abgesoffen. Nett. Aber nichtsdestotrotz schauen wir uns mal ein wenig um. Vielleicht finden wir ja auch noch irgendwelche Artefakte. Artefakte kann man dann bei Prip eintauschen. Prip betreibt die Kneipe. Der HHR. Der Kampsite. Sieht, wie eine Familie lebte hier. Sie lebte hier und lebte hier. Nothing like a bunch of Skeletons to put your mind at ease. There's a cabin up ahead. Definitely feel a ghoul vibe coming off of it. So we run in? Guns blazing? Too dangerous. If we're sneaky, we can get into a good position. A good position keeps us alive. Turn off your flashlight. Dann machen wir das doch mal. Wenn unentdeckt, kannst du feindliche Positionen ausspähen und isolierte, schwache Gegner mit deinen lautlosen Waffen ausschalten. Du kannst einen Kampf zu deinen Gunsten entscheiden, indem du die Zahl deiner Gegner unauffällig verringerst. Naja, das ist klar. Ähm, das muss man auch gucken in den späteren Leveln auf jeden Fall. Dass wir, ähm... Dass wir das hinbekommen. Dass man da genau guckt, ähm... Welche Gegner kann man wirklich ausschalten? Ich meine, jetzt sind es, glaube ich, jetzt in diesem Haus, wo wir jetzt hingehen, sind es drei Gegner oder so. Da kriegen wir das noch hin. Die können wir auch schön flankieren. Oder es sind zwei, ich weiß gar nicht mehr. Ja, hier haben wir die beiden, die stehen am Lagerfeuer. Jetzt brennt aber noch einer rum. Ich denke, den könnten wir uns schnappen, indem wir dem einen Hinterhalt legen. Dann hören die anderen den auch nicht. Oder uns nicht. Mal gucken, wie wir das hinbekommen. Ich verstecke Dax einmal hier. Ich glaube, bis hier ist der in etwa hingerannt. Der... Ich glaube, es ist ein Maraudeur dahinter, wie ich es nicht aufgeachtet. Und der gute Dax hat ja den Vorteil, dass er eine lautlose Waffe hat. So, wir legen den Hinterhalt. Hier kriegen wir nochmal die Deckung erklärt. Schwache Deckung gewährt einen Verteidigungsbund von 25%. Perfekte Deckung gewährt einen Verteidigungsbund von 75%. Okay, flankierst du eine Deckungsposition, wird deren Defensivbonus aufgehoben. Gut, am besten jetzt natürlich mit Dax, dass der auch direkt in den Treffer landet. Wenn er schießt, trifft er den von hier aus mit 100%. Das ist gut. Das reicht doch vollkommen. Unsere Armbrust macht vier Schaden. Damit ist der ausgeschaltet. Sorry about that. Naja, so sorry. Du bist du dich gar nicht, sei ehrlich. Over here. Oh, ein Levelaufstieg. Sehr schön. Wenn ein Team aus Stalkern aufsteigt, erhält jeder Mutant Mutationspunkte. Mit den Mutationspunkten können mächtige Kampfmutationen für deine Stalker freigeschaltet oder Werte wie Gesundheit oder Bewegungsrate verbessert werden. Okay. Probieren wir das mal aus. Mutationen sind groß, klein oder passiv. In deinem Loadout kann jeweils nur eine Mutation ausgewählt werden. Werte-Broni sind permanent und werden unabhängig von Loadout gewährt. Dein Loadout kann außerhalb von Kämpfen im Inventar jederzeit angepasst werden. Schön. Wir haben jetzt aber jeweils nur einen Punkt verfügbar für DAX. Und für Bomben können wir aber immerhin schon mal den Gesundheitsbooster hier anwerfen, um einen Trefferpunkt mehr zu bekommen. Ja, sieht ganz cool aus, die Mutation. Rote Augen, Feuer, Flammen kommen raus. Und schon unser Eintrefferpunkt stärker. Jetzt könnten wir hier den Schädelspalter freischalten. Bei DAX 100% kritische Trefferschance. Dafür minus 25% Treffersicherheit, oder? Eine höhere kritische Trefferschance ermöglicht dir, die Köpfe deiner Gegner genauso ploppen zu lassen, wie die Pusteln auf Bomben ins Rücken. Dieses ungestürme Verhalten kostet dich allerdings etwas Treffsicherheit. Genau. Also wenn wir treffen, wenn wir diese Fähigkeit benutzen und treffen, haben wir auf jeden Fall 100% kritische Trefferschance. Aber haben nur 25% Treffsicherheit. Ich gehe erst einmal auf den Gesundheitsbooster. Und auch er verwandelt sich. Gut. Bomben. Bitte komm da mit. Dann schauen wir uns die anderen beiden Gegner nochmal an. Der Jäger hat 6 Punkte, den kriegen wir nur in einem gemeinsamen Angriff erledigt. Oh, was haben wir denn hier unten? Ein Trüchen. Also eine Truhe. Und die Donnerbüchse kann Deckung zerstören und wirft Gegner zurück. Das ist gut. Das können wir nämlich direkt benutzen. Das ist nämlich die perfekte Waffe für Bormen. Der nämlich mit der Donnerbüchse 6 Schaden machen kann, wenn er trifft. Und somit kann er nämlich dann den Jäger ausschalten. Das ist gut. Dann können wir die eventuell doch beide flankieren und alle in einem Angriff ausschalten. Also beide in einem Angriff ausschalten. Wart mal hier, Bormen. Ich schleiche mich von der anderen Seite an. Also der Dax. Bormen kommt dann von hier. Das ist jetzt die neue Waffe, dann kannst du den Jäger ausschalten. Perfekte Waffe habe ich gerade irgendwo gelesen. Na egal, sammeln wir gleich ein. Das ist Loot. Und gehen dann in den Interhalter. So, von wo aus triffst du ihn denn hundertprozentig fang hier aus? Ja. Kannst da auch dann in volle Deckung gehen. Der entdeckt dich, das ist uninteressant. Wir sind erstmal am Zug. Da können die nichts machen. Halt, du musst die andere Waffe nehmen. Genau. Die macht nämlich 6 Schaden auf jeden Fall. Perfekt. Der Eichmann ist nur doof. Triffst du schon von hier aus, Dax? Ne, nur zu 50% muss sich also noch ein bisschen bewegen. Kannst du einfach auf den Gegner zu tun, aber nur 75%, das ist nicht gut. Naja, ist viel schon mal. Aber von hier hast du hundertprozentig Schaden, weil du ihn da nämlich flankierst. Da sehen wir nochmal, hätten wir uns ein Stückchen weiter da nach links gestellt, dann hätte er noch so ein bisschen Deckung gehabt, hier von diesem Baumstamm. Und hier ist er dann voll flankiert und hat keine Chance mehr, unser Treffer auszuweiten. So, und noch ein Levelaufstieg. Das geht ja am Anfang ratzi-fatzzi. Schauen wir mal, Levelaufstieg für den guten Dax. Dann kann er nämlich jetzt auch den Schädelspalter freischalten. Als Mutation. Ich mag diese Mutationsanimationen immer wieder sehr gerne. Ein Artefakt erhalten, die Bubenbox. Finde ich immer wieder gut, der Humor in dem Spiel, der ist auch in der Playstation 4 Version natürlich sehr gut. Eine seltsame sprechende Kiste, die dich wie eine Schlange anzischt, wenn du sie einschaltet. Manchmal, abhängig von ihrem Standpunkt, Ort spricht sie mit Piepstönen. Pfeifgeräuschen und leisen Stimmen. An der Vorderseite ist ein praktisches Fach für die Aufbewahrung von Gegenständen angebracht. Ja, finde ich auch super. Grund ist Sweepen. Das ist eine sehr gute Art Faktor. Schau an das, Beauty. Die Anzeiten haben ein paar wunderschönen Schäden hinterlegt, aber einmal in einem Zeitpunkt sieht man etwas wie das. Ich wundere, was diese Button sind. Ich würde es nicht bemerken, wenn ich dich wäre. Ich bin nicht schockiert. Schau die Button. Was ist dein Button? Das ist eine Bomb, okay? Sie nennen es eine Boombox. Touch that red button and it goes boom. Don't be pretending you know what any of this crap is. We'll bring it back to the Ark and show it to Prip. Ask him what it's worth on the black market. Klar, eine Boombox. Naja, ist eigentlich eine logische Schlussfolgerung, wenn man nicht weiß, was ich damit auf sich hat. Natürlich. Allerdings haben wir dazu damals in den 80ern, in den 90ern nicht Boombox gesagt. Wir haben immer gesagt, das ist ein Ghetto-Blaster. Noch mehr Waffenteile. Sehr schön. Ich glaube, wir brauchen 30 Waffenteile, um das erste Level ab für unsere Waffe freizuschalten. Deltas-Bastelgrube. Da muss ich die Karten schon absuchen. Nehmt euch das zu Herzen. Das ist der beste Tipp, den man erstmal am Anfang des Spiels geben kann. Karten absuchen. Alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. Dann steht man schnell da und hat nicht ausreichend Schrott. Um mir irgendwelche Sachen zu kaufen. So, ich glaube, das war der letzte Kampf hier auf der Karte. Können wir uns dann auf den Weg machen. Richtung Arche. Ja, jetzt los. Of course, the world ends. You did it to us. When the ice melted, you said nothing. When the plague spread, you did nothing. When the nukes dropped, you became nothing. At least, that's what the Elder says. But cheer up. You'll be happy to know that despite your mistakes, life remains. In a small settlement high above a raging river, people are living and thriving. We call it the Ark. The Ark is humanity's last outpost. We'll own the island in an ocean of chaos. Within these walls, we help each other create a new civilization on the ruins of the old one. With the guidance of our leader, the Elder. The Elder tells us we're safe as long as we never leave. Because outside these walls lies the zone, the never-ending wasteland. A mass grave spanning the planet, littered with your crumbling monuments to your hubris and arrogance. What the Elder chooses not to tell us is our food and water supplies are running dangerously low. That's why he relies on Stalkers, adventurers who leave the Ark, explore the zone, and scavenge for precious resources. Stalkers are tough enough to resist the rot, and they've got the smarts and the firepower to keep the zone ghouls at bay. Stalkers have to be more than human. That's me, Mr. More Than Human, a.k.a. a mutant. I look weird to you, but hey, you look weird to me. So let's leave it at that. If the Stalkers come back from the zone alive, the Ark survives another day. If the Stalkers don't come back, the legacy of mankind will be lost forever. At least, that's what the Elder says. Ja, Mutant Year Zero, Roads to Eden, das haben wir auch die Hintergrundstory erfahren. Das Ganze basiert ja auf einem schwedischen Rollenspiel, auf einem schwedischen Pen-and-Paper-Spiel. Das ist die erste Computerspiel-Umsetzung. Und ich muss schon sagen, diese Zwischensequenzen sind sehr atmosphärisch. Die Sprachausgabe finde ich wirklich sehr, sehr gelungen. Bauman hat eine richtig gute Stimme, Dax hat eine sehr richtig gute Stimme. Das passt schon alles, ja. Also das ist alles sehr atmosphärisch. Da wird man direkt reingezogen. Home, sweet home. The elevator's up ahead. Na, dann wollen wir nur mal gucken, dass wir in der home, sweet home, nach oben kommen. Auch wenn's hier nach Göteborg geht. Und nach Angered. Hab ich schwedische Zuschauer? Wohnt hier jemand in Göteborg oder in Angered? Sieht's da wirklich so aus? In der unmittelbaren Nähe, wobei uns hier jetzt hier gerade befinden. Woah, woah, warte. Got two ghouls hiding over there. I think they want to hitch a ride on our elevator. Forget that. Let's sneak around and see if there's any others. Hochklettern, ja, das funktioniert. Und eine Notiz. Notiz von Stalker Clara. Was für eine Schande. Für dieses Ding würde uns Delta garantiert den erwähnten Rabatt einräumen. Okay, so sieht's aus. In den Schrottruinen westlich der Eisenschlange liegt ein funktionierender Funkenautomat. Mit diesen Geräten wurden Gegenstände früher zusammengebrannt. Oder so ähnlich. Aber natürlich hat jeder gottverdammte Silberstreif am Horizont einen gewaltigen Haken. Diese verfluchten Ghule in den Ruinen haben uns verjagt, bevor wir das Ding bergen konnten. Beim nächsten Mal seid ihr fällig, ihr Bastarde. Deswegen liegst du jetzt auch hier tot in der Ecke. Aha, Ausrüstung. Der Pokervisor. 25% größere Reichweite für unsere Waffen. Faktischer Armeewisor aus der Zeit der sogenannten Pokerkriege. Wer kann sich nicht daran erinnern. Diese elegante Kopfbedeckung schützt vor Reflexion und gewährt ihrem Träger einen Reichweitenbonus. Kulist Maddox. Das ist doch eher so eine Buchhaltermütze, ne? Oder wie nennt man das? Ich glaube, das ist der perfekte Helm für unseren guten Dachs. Damit er dann jetzt mehr Reichweite für seine Armbrust hat. Molotow-Cocktail. Nice. Mal ausrüsten. Ach, haben wir schon. Na komm, dann kriegst du auch noch einen. Wir haben sogar noch richtige Granate dabei. Haha. Sehr schön. Kann man auch aufpassen, dass man mit diesen Granaten nicht inflationär umgeht, weil die doch relativ selten sind. Ich meine, man kann sie kaufen im Lagen, in der Arche, aber die kosten natürlich ihren Preis. Hier ist der Aufzug, den könnten wir jetzt schon benutzen. Wir wollen natürlich die Krude ausschalten. die da definitiv eine Gefahr darstellen für unseren Aufzug. Du bist aber nicht der Ghoul vom Lagerfeuer. Ne, ich kann jetzt gerade nicht weit gucken. Da ist so dunkel da hinten. Ne, du bist nochmal ein extra Ghoul. Ein eigener Ghoul. Dann machen wir dich doch mal schön platt. So, jetzt gehen wir direkt in den Hinterhals. Dams schleicht sich von hinten an. Und schaltet den aus. Ihr seht uns, das ist egal. Wir haben ja noch die Chance, ihn vorher zu erledigen. Genau. Die anderen beiden stehen noch da hinten. Die haben davon gar nichts mitbekommen. Get over here. Box opens. Wir gehen in die Box. Box goes in the Ark. Wir nehmen ihre Food, wir nehmen ihre Guns. Mutants in the Ark. Too many, too many. Mutants sind schmerz. Wir töten schnell, wir töten schnell. Aber wir töten alle. Box ist gekommen. Wir töten alle. Oh, da ist noch einer. Hoppala, wo kam der denn her? So, schnell, dann machen wir den Platz. Der ist noch weit weg von seinen Freunden. Das machen wir aber mit Dax, bitte. Kannst du jeden von hier aus schon treffen? Zu 100 Prozent? Ja, kannst du. Die anderen wurden nicht alarmiert. Die anderen wurden nicht alarmiert. Sehr schön. Warman. Machen wir das bei dem Haus vorhin. Müssen wir uns jetzt hier anschleichen an der Seite. Du erledigst den Jäger auf der einen Seite. Öffnen wir den Hinterhalt. Schauen wir mal. Ja, das ist 75 Prozent. Kannst du noch ein bisschen laufen, formen? Und du 100 Prozent bekommst bei ihm. Ja, wenn du hier hingehst, hast du 100 Prozent. Werden ein paar Leute alarmiert, aber wir sind erst mal an der Reihe. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Falsche Waffe ausgewählt, verdammt. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Müssen wir jetzt vielleicht mal eine Granate benutzen. Das war jetzt doof. Das war jetzt definitiv doof. Ich kann jetzt leider auch nicht ins Hauptmenü rein, um eine andere Granate auszulehnen. Egal. Sehen wir mal den Polokop-Cocktail. Ach, jetzt habe ich die Rauchgranate benutzt. Mein Gott, was mache ich für ein Quatsch? Okay. Geh das Schwein! Ich will dich töten! Stupid Stalkers! Ja, ja, durch solche Sachen kann man leicht sein Leben verlieren. Das war ziemlich blöd. Ich will dich nicht aufhören. Ja, das war nicht so. Ich habe jetzt den Kass. Ich muss mich jetzt runtergehen. Probieren wir es mal mit 75 Prozent. Weitere Chance. Ja, da muss man schon aufpassen, dass man sich hier nicht verklickt. Hier kann jeder Fehler echt das Ende bedeuten. Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad haben wir natürlich auch den Vorteil, dass sich, ähm, und Zielfernrohr, sehr schön, Visier aus einem Krieg der, äh, vor enklavischen Zeit, alt aber robust, erhöht die Reichweite der Waffe, an der es montiert wird. Ähm, das im normalen Schwierigkeitsgrad regeneriert sich hier nach jedem Kampf, ähm, nicht nur die Aufladezeit, wie zum Beispiel für unseren Schädelspalter. Über hier. Ja, das hätten wir vielleicht mal vorher sehen sollen, hätte der gute Bormann vielleicht nicht so viel Schaden abbekommen. Schauen wir mal, Dax hat Gesundheit, 6 plus 1, Bormann hat 8 plus 1. Dann kriegt auch Dax schon mal die Rüstung, damit er ein bisschen besser geschützt ist vor gegnerischen Treffern. Gut, dann würde ich sagen, wagen wir noch einen Ausflug in die Arche, beziehungsweise, ja, Homecoming, Home, Sweet Home, haben die beiden ja schon gesagt. Was ist das denn? Sieht aus wie eine Turbierende von einem Flugzeug. Noch irgendwas zum Einsammeln hier. Oh, ein Tor. Hallo, Tor. So einen Schlüssel haben wir natürlich nicht. Das wird doof. Wagen würde ich sagen. Hallo, Vogel. Nehmen wir den Aufzug. Und fahren nach oben. Ab in die Arche. Ab nach Hause. Ab in die Arche ist, wenn wir die Arche sehen, ist, dass er nicht ein paar Sekunden zu verlieren. Die Mission ist zu wichtig. Unsere Mission, he sagt, ist ein Mann. Und das Mann ist Haman. Alle in der Arche wissen Haman. Respekt hat ihn. Er ist unsere Leid, Gearhead. Going farther into the Zone than anybody else. Bringing back the machines that help us survive. He knows how to keep those machines running. How to fix them when they fall apart. Haman keeps the Arche's heart beating. The Elder says three nights ago, Haman took his team of Stalkers and headed north. Not telling anyone why. They haven't come back. I've never seen the Elder this shaken before. It scares me. He tells us Haman has a remote cabin in the north that could yield some clues to his location. Me and Dux never patrolled that far before. But the Elder says he has faith in us. He believes in us. So, this mission we accept. Go to Haman's cabin. Search for clues. Then find Haman and bring him back alive. The fate of the Arche depends on it. Hmm, scheinbar noch nicht jeder Text übersetzt. Auf Deutsch. Naja, halb so wild. Auch kann man im Gegensatz zur PC-Version hier nicht die Sprache einstellen, die man möchte. Also zumindest nicht die Textsprache einstellen. Das kann man auf dem PC. Da kann man türkisch einstellen oder serbokratisch oder weiß der Geier was, was hier gerade so bevorzugt. Kann aber sein, dass man das hier über die globalen Einstellungen der Playstation verändern kann. So, Haman's Hütze müssen wir durchsuchen. Das ist die Mission, die vor uns liegt. Ich würde sagen, wir besuchen erstmal den ältesten, damit wir den auch mal kennenlernen. Okay. My home will always be a haven to you, brave stalkers. After your journeys, pay me a visit, and I'll offer you some guidance, perhaps a story, to help you become wise and strong. Danke, dass du diesen alten Mann rammelst. Geh in Ruhe, Stalker. Willst du wissen, wie das runtergeht? Für den richtigen Preis verabschiede ich und verabschiede deine Scheine. Any questions? Naja, schauen wir erstmal. Wir fangen erstmal mit der Armbrust von DAX an. Die ist ja wie gesagt lautlos. Wir können jetzt die Waffen eh nicht aufleveln. Wir sehen die Upgrades hier unten. Will sich die Waffen dann auch verändern. Dafür brauchen wir aber in der ersten Stufe 30 Waffenteile und glaube in der zweiten Stufe dann, also für die dritte Stufe, 60 Waffenteile. Wir können ihm aber ein Zielfernrohr spendieren. Damit hat er größere Waffenreichweite. Und der Waffe von DAX, ich glaube ich bleibe erstmal bei der Streukanone, geben wir noch das Schadensmodul, den Griller 50. Damit erhöht sich nochmal die kritische Trefferchance, beziehungsweise der Schaden, der anrichtetiert, wenn wir einen kritischen Treffer machen. Und wir haben die 50% Chance den Gegner zu verworren, damit hier noch Feuerschaden erleiht. Genau. Das ist das, was wir machen können. Ansonsten können wir, wie gesagt, leider nichts machen, weil wir nicht genug Waffenteile haben. Also sagen wir Danke, Delta, bis zum nächsten Mal. Besuchen wir Prip, gehen in die Bar. Bis zum nächsten Mal. Nach einem Kieler Tag in der Zone in der Zone, du kennst, kannst du immer zum Prippen kommen für ein High-Quality-Grog. Willst du aufstehen? Fahne einen Schaden. Keine Butane, keine Bleach, nur die Natur. Ich arbeite auch in ein bisschen, äh, Antiquität. Also, wenn du einen coolen Artefakt in der Wasteland findest, bringe ihn zu mir, und ich werde dir etwas in return. Entstanden? Na dann. Wir haben einen Artefakt und könnten dann dementsprechend schon die erste Stufe der Artefaktfähigkeiten freischalten. Der Schlägertyp verlängert die Verblutendauer um zwei Runden. Das heißt, wenn unsere Leute mal tot am Boden liegen, dann haben wir eine gewisse Zeit lang Zeit, mit einem Medipack wieder zu bleiben durch einen anderen Stalker. Normalerweise haben die, glaube ich, zwei Runden Zeit oder drei Runden Zeit, bis wir sterben. Und durch den Schlägertyp wird sich das dementsprechend in zwei Runden erhöhen. Der Muli, ja, schaltet einen zusätzlichen Granatenslot pro Teammitglied frei. Auch nicht ganz unwichtig, wenn man zum Beispiel die Leute, so wie ich es gerne mache, mit Handgranaten voll bepackt. Ja, weil die hauen nämlich ganz gut rein. Oder der Falscher gewährt in Iridias Laden 20% Rabatt. Das ist eigentlich das, was ich immer so als erstes Level, da wir da dann halt die Möglichkeit bekommen, bei Iridia deutlich günstiger einzukaufen. Ihr seht es hier oben, Iridia nimmt Schrott. 114 haben wir. Das ist nicht gerade viel und ihre Preise sind auch nicht gerade niedrig. Deswegen sind 20% Rabatt am Anfang, glaube ich, gar nicht so schlecht. Sagt ihr noch was dazu? Anscheinend nicht. Bis zum nächsten Mal. Okay, dann gehen wir mal zu besagen Iridia und besuchen ihren wohl sortierten Waffenladen. Gebt ihr Ding Dongs zu einem Zonewolf. Schaut das? Schön. Happy Shopping. Packs kosten auch 44. Hier die Rauchgranaten. Die hatten wir ja gerade schon mal im Einsatz gesehen. Die wollte ich eigentlich eine normale Granate zeigen, beziehungsweise hier diesen Molotow-Cocktail. Ja, leider Gottes sind die auch recht teuer. Wobei ich sagen muss, die Rauchgranate kostet gar nicht so viel. Löscht sogar Feuer, die Rauchgranate. Ah, das wusste ich auch nicht. Und der Molotow-Cocktail kostet sogar mehr als die eigentliche Handgranate. Die macht Schaden vier. Es gibt später eine Stufe, die man bei Prip freischalten kann im Laden, wo nochmal vier zusätzliche Schaden für die Handgranaten dazukommen. Dann machen die Handgranaten dann vier plus vier, macht acht. Richtig derben Schaden. Das ist dann schon ganz, ganz übel. Und wie gesagt, der Molotow-Cocktail, der macht einen Schaden plus, ja, zielerlei zwei Runden lang Feuerschaden. Ja, wie gesagt, hier kann man viel, viel Geld ausgeben. Medipacks sind nicht ganz so unwichtig. Sollte man auch zusehen, dass man immer ausreichend dabei hat. Eigentlich muss man zusehen, dass man von allem ausreichend dabei hat. Seien Medipacks, seien Handgranaten, seien Waffen oder weiß der Geier was. Vor allem Scrap-Waffenteile, dass man die einnimmt. Wie gesagt, das ist wichtig, damit man sich selbst aufleveln kann. Und damit die Stalker dann in späteren Missionen, denn die werden nicht happig, ja, bestehen können. Tja, die PlayStation 4 Version von Mutant Year Zero macht alles richtig, sieht gut aus. Spielt sich genauso wie die PC-Version und kann ich nur weiterempfehlen. Ich weiß jetzt gar nicht, was der Preis ist. Ich glaube, 39 Euro kostet es im PS Store. Man kann das Spiel leider nicht physikalisch kaufen. Schade, ich hätte mal gerne so eine, ja, weiß ich, Collectors Edition oder was gehabt. Die mag ich eigentlich immer ganz gerne, Collectors Edition. Kommt vielleicht irgendwann noch raus, dann kann man sich das immer noch überlegen, ob man sich das zulegt. Ob ihr jetzt die PlayStation-Version wählt oder die PC-Version, kommt auch darauf an. Ja, vielleicht habt ihr nicht mehr so den allermodernsten PC, auch wenn die Hardwareanforderungen beim PC nicht so hoch sind. Aber es kann ja sein, dass da ja noch jemand mit dem 486er rumläuft und dort versucht das zu spielen. Dann sollte er vielleicht doch lieber zur PlayStation 4-Version greifen. Zur Xbox-Version kann ich jetzt nichts sagen, aber ich denke, die ist dann auch technisch genauso auf der Höhe wie die beiden Versionen, die wir uns jetzt hier schon richtig, ja, und ausufernd, ausdauernd angesehen haben bei mir auf dem Kanal. Das ist Mutant Year Zero, Road to Eden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wie gesagt, PlayStation 4-Version, PC-Version, Geschmackssache, müsst ihr selbst entscheiden. Ich kann beide Versionen nur empfehlen. Tolles Spiel, macht echt Spaß und lasst euch nicht beirren. Wenn ihr jetzt vielleicht dieses Video zum ersten Mal seht, schaut euch das Let's Play bei mir an. Da bin ich schon logischerweise natürlich ein bisschen weiter in der PC-Version. Da werdet ihr dann auch sehen, dass die Missionen knackig und herausfordernd sind, und dass man da wirklich mit Köpfchen vorangehen muss. Also wer meint, er könnte hier Rambo spielen im Spiel, der ist ganz schnell Game Over. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye-bye.